Können wir bitte zugeben, dass nett sein total missverstanden wird? In dieser Folge wollen wir nämlich darüber sprechen, wieso nett sein, freundlich sein für dich bisher nicht funktioniert hat. Herzlich willkommen im Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. An meiner Seite unser Experte für Selbstbewusstsein. Herzlich willkommen, Dominik Van Arbe. Yes, wir bohren so tief in diese Fassade des Nice Guys rein, dass du am Ende dieser Episode darauf gar nicht mehr zurückgreifen möchtest. Also, lass uns starten. Wenn du in deinen Freundschaften oder auch vorherigen Beziehungen zu Frauen immer wieder das Gefühl gehabt hast, dass du dich leer fühlst und du so viel gegeben hast, ohne dass was zurückgekommen ist, dann fällst du höchstwahrscheinlich in diese Kategorie, die man im Internet heutzutage typischerweise als Nice Guy bezeichnet. Das heißt, ein netter, freundlicher Mann, der das Herz am rechten Fleck hat, aber aufgrund von ein paar nicht hilfreichen Glaubenssätzen, das heißt Sätze, die du dir selber sagst, an die du glaubst, kein hohes Selbstwertgefühl hat und sich seine Beziehungen auch immer wieder verbaut, weil er versucht, alles allen recht zu machen. Der Punkt ist, wenn du allen immer wieder alles recht machst, das wirst du dir selber denken, schon auf der logischen Ebene bist du dir dessen ja schon klar, dann ist das nicht attraktiv, weil wenn du jedermanns Liebling bist, dann kannst du von niemandem wirklich geliebt werden, sondern du bist überall nur im lauwarmen Bereich. Und das ist in der Tat an der Oberfläche auch das Problem, aber es geht noch viel weiter als das. Wenn du dich vor allem so ausgelaugt fühlst, dieses Gefühl hast, dass da einfach nichts zurückkommt, weil du so viel gibst, dann musst du dich einmal wirklich hinterfragen, wieso du das Ganze tust. Wieso gibst du und gibst du und gibst du? Liegt es wirklich daran, dass du ein guter Mann sein möchtest? Liegt es wirklich daran, dass du für andere da sein willst, hilfsbereit bist? Immer an der Stelle, wenn man dich braucht. Oder gibst du eine Sache nicht zu? Und das ist, dass du all das nur tust, aus einer Angst heraus einsam zu sein. Du tust es nicht, um andere zu lieben, als gütiger Akt, sondern du tust es, weil du dir erhoffst, dass du dadurch zurückgeliebt wirst. Und wenn Letzteres wahr ist, wenn du dich hier ertappt fühlst, dann musst du leider der Wahrheit ins Gesicht blicken, dass dieser Gefühlszustand, der Angst und des Brauchens, dieser Bedürftigkeit, nicht attraktiv sein kann. Du schießt dir damit ins eigene Bein. Es ist nicht attraktiv, wenn jemand spürt, oh, der möchte was von mir. Wir geben immer wieder das Beispiel, warum du, auch wenn du durch die Stadt gehst und dann fragt dich jemand nach Geld, warum du dann direkt das schon aus dem Augenwinkel erkennen kannst und du sagst, nein, ich habe kein Taschengeld dabei, kein Kleingeld dabei. Oder selbst wenn du den Menschen dann Geld gibst, du hast es schon aus dem Augenwinkel gemerkt. Wir merken einfach, wenn jemand etwas von uns braucht. Und da denken wir nicht, wow, der ist aber attraktiv, mit dem möchte ich mehr Zeit verbringen. Wenn du mehr Zeit mit diesen Menschen verbringst und ich habe auch schon mit Obdachlosen Zeit verbracht und mich hingesetzt und mit ihnen was gegessen. Aber das habe ich nicht getan, weil ich dachte, wow, das ist ja ein attraktiver Mensch, den ich irgendwie sexuell anziehend finde. Sondern das war aus Interesse, aber auch aus Mitgefühl, Mitleid. Aber wenn du möchtest, dass Frauen mit dir Zeit verbringen, Frauen mit dir in die Kiste springen, Frauen mit dir in der Beziehung beginnen und auch halten über ganz viele Dekaden, dann kann Mitleid nicht der treibende Faktor sein, der euch zusammenführt. Der wird nicht langfristig funktionieren. Der wird auch kurzfristig in den allermeisten Fällen nicht funktionieren. Manchmal ist es als Manipulationsstrategie tatsächlich effektiv. Dabei ist es traurig, wenn Männer das machen, um die Beziehung zu retten. Dann jammern sie, dann heulen sie, dann versuchen sie der Frau zu sagen, aber ich habe niemanden außer dir, gib mir doch bitte noch eine Chance, gib mir bitte noch eine Chance. Und dann macht es halt die Frau aus Mitleid, aber diese Beziehungen sind immer zum Scheitern verurteilt. Das sind ja keine Beziehungen mehr. Dieser Mann hat sich selber schon verloren. Der hat sich gar nicht mehr selber so lieb, wie er sich selber eigentlich lieben sollte. Und deswegen kann die Frau da auch kein sexuelles Interesse mehr verspüren. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. So wie du dich innerlich fühlst, in einer sozialen Gegebenheit wird sich auch dein Gegenüber fühlen. Menschen merken, was in dir vorgeht. Sie können vielleicht nicht genau sagen, was für Gedanken hast und was für Ziele du hast, Absichten du hast, aber Menschen merken, welches Gefühl in dir vorgeht. Wir sind da seit mehreren Hunderten von Tausenden von Jahren einfach drauf getrimmt. Das ist etwas, was uns erlaubt hat, als Spezies zu überleben. Wir merken, wenn Gefahr da ist, auch schon an den kleinsten Zuckungen im Auge. Wir merken, wenn Angst im Raum ist und wir merken, wenn Entspanntheit, Ruhe, Selbstbewusstsein im Raum ist. Das spüren wir und zu Ruhe, Entspannung und Selbstbewusstsein fühlen wir uns angezogen und zu Angst, Nervosität fühlen wir uns nicht angezogen. Leider muss ich dir das sagen. Du hast das Herz am rechten Fleck, du möchtest Gutes tun, aber solange du es tust, weil du etwas zurückerwartest, weil du hoffst, dass es funktioniert, wird das Gegenteil passieren. Und damit wollte ich das Wort an dich abgeben. Ach so. Ich dachte, jetzt gerade noch eine bedeutungsschwangere Pause, weil es ist eben genau so bedeutungsschwanger. Dieser manipulative Akt, möchte ich ihn jetzt auch mal so bezeichnen, den machst du ja nicht bewusst, den machst du ja nicht, du stehst ja nicht morgens auf und denkst dir, ich werde jetzt einfach dann die Menschen um mich herum dann einfach so viel mit Nettigkeit von mir aus überschütten, dass sie mir, dass sie mir dann sich zur Verfügung stellen, dass Frauen sich mir zur Verfügung stellen. Das ist ja kein bewusster Gedanke, aber es ist dennoch ein manipulativer Akt, weil er nicht aus deinem puren Selbst entspringt, weil er nicht aus der Güte deines Herzens entspringt, sondern wie Andi auch gerade schon gesagt hat, aus Angst. Und wenn wir, wir haben zwei treibende Federn in unserem Leben. Die eine treibende Feder ist Angst, die Vermeidung entsprechend oder die Weg-von-Motivation und die andere ist Liebe. Deswegen sind Angst und Liebe auch Gegensätze. Liebe ist die expansive Motivation, die Hinzu-Motivation. Davon will ich mehr. Ja, und genauso wie Angst hat auch Liebe dann entsprechend Unterkategorien, einige Unterkategorien von, benutzen wir das Wort Unterkategorien. Und von Angst sind dann so Sachen wie Scham, wie Reue, Wut oder auch Stolz oder auch, was haben wir noch, Schuld, Depression. Also entsprechend viel mehr Apathie ist eher so die Bewusstseinsebene dahinter. Und Liebe hat halt dann die Unterkategorien von Freude, von dann auch bedingungsloser Liebe, die wir halt in Deutschland so bedingungslose Liebe nennen, in anderen Sprachen, so ich glaube im Griechischen nennt man, sagt man dazu, Agape. Und die, was haben wir noch? Wir haben, wir haben, wir haben Freude, wir haben Liebe, wir haben Frieden, wir haben Freiheit, das Gefühl von Freiheit ganz besonders. Also halt die Expansion. Und diese, das wünschen wir uns. Und ich weiß noch selber, damals als ich aus dieser, ich komme ja genau wie Andi auch, aus dieser Nice-Guy-Ecke, aus der bloß ganz, ganz viel freundlich sein zu anderen, damit sie bloß nicht sehen, in meinem Fall, ich weiß noch, wie es damals war, damit sie bloß nicht sehen, dass ich, dass ich so fehlerhaft bin. Hoffentlich bin, hoffentlich merken sie nicht, dass ich, dass ich so fehlerhaft bin und ich übertünche das mit meiner Gutmütigkeit, mit meiner Freundlichkeit, mit meiner Nettigkeit. Und, ja, das, das, das verdeckt halt entsprechend, dass ich, dass ich wertlos bin. Und das fußt alles auf Angst. Und deswegen ist halt auch diese, diese Nettigkeit eine, eine Manipulationstaktik. Weil wenn du selber von dir halt denkst, dass du wertlos bist, warum, warum dann auch nicht in Anführungszeichen dich so verhalten? Und, also ist ja ein Schutzmechanismus. Und dieser Schutzmechanismus führt eher dazu, dass du, dass du am Leben bleibst. Und das ist ja auch völlig okay und völlig richtig so. Aber es ist, es ist weiterhin Überlebensmodus. Es ist weiterhin aus Angst. Angst ist Überlebensmodus. Der Expansionsmodus, der Erschaffungsmodus, die Kreativität, das ist in der Liebe. Das heißt, wenn du dich wirklich frei entfalten kannst, wenn du im Selbstbewusstsein bist und nicht im Ego. Das Ego versucht dich klein zu halten, haben wir einige Folgen schon drüber gemacht. Auch über Angst und Liebe und das Gegenteil und so. Man kann sich die Selbstbewusstsein spezial eigentlich alle dazu anschauen, um, um da noch genauer reinzutauchen. So, diese, dieses Übertünchen oder dieses Verstecken von deiner eigentlichen Intention ist so abstoßend auf andere Menschen, weil sie, weil es so ein, also es verursacht ein ekliges Gefühl. Es verursacht Inkongruenz. Vielleicht kennst du das Wort, vielleicht hast du das schon mal gehört. Inkongruenz bedeutet, das, was wir sagen und das, was wir ausstrahlen, zum Beispiel, ist nicht kongruent. Das ist nicht in einer Linie. Das passt nicht zusammen. Und das sorgt dann für so eine Diskrepanz in unserem Kopf, wenn wir so eine Person sehen. Das sorgt dann dafür, dass wir uns von dieser Person zurückhalten wollen oder entfernen wollen. Das stimmt einfach was nicht. Das ist eine Reaktion, die merkst du sofort. Da ist irgendwas faul. Irgendwas stimmt da. Genau. Genau. Obwohl diese Person doch nett zu uns ist und lächelt, aber irgendwie, also wir könnten nicht mit dem, wenn wir es nicht gelernt haben, mit dem Finger drauf deuten, was gerade komisch ist, was gerade falsch ist an diesem Lächeln. Weil dieses Lächeln, das scheint erstmal auf den ersten Blick freundlich und authentisch, aber dennoch sagt unser Körper, reagiert unser Körper, unser, wir können das auch mit einem Muskeltest nachweisen, reagiert unser Körper schwach da drauf. Und wenn unser Körper schwach auf etwas reagiert, das heißt, unsere Muskeln eher schwach werden, wenn wir einer Person oder einer Substanz ausgesetzt sind, die eher toxisch für uns ist, anstatt tonisch, dann wollen wir uns davon entfernen und wir wissen gar nicht jetzt als Mensch rational bewusst warum. Wir denken, ja, der Michael ist so ein freundlicher Typ, aber irgendwie habe ich nicht so Lust mit dem rumzuhängen. Und das ist dann auch dann diese Furcht, die Frauen haben vor den netten Männern. Weil es ist eher so eine unbewusste, unbewusste Furcht. Es ist nicht so irgendwie, oh, da ist eine Spinne, ich habe da Angst vor. Sondern irgendwas ist nicht stimmig mit dem Michael, mit dem Dieter, mit dem wie auch immer du heißt und du dich vielleicht angesprochen fühlst. Irgendwas ist nicht stimmig und ich will mich davon fernhalten. Weil diese Person durch diese Inkongruenz strahlt eine Gefahr für mich aus. Und ich gehe dann lieber, so blöd es dann auch klingt und so blöd dann auch die in Anführungszeichen Realität ist, gehe ich dann lieber zu dem lauten Alpha, Macho, wie auch immer, weil der kongruent ist. Weil der sagt, was er tut und was er will und hat keine versteckte Agenda, obwohl auch die Agenda vielleicht nicht so positiv für mich ist. Aber immerhin ist da mehr Sicherheit für mich. Wenn er sagt, und wenn ich auch sehe aufgrund seiner Worte und Taten, dass er mich als Frau dann zum Beispiel ganz schlecht behandeln würde, das ist für mich immer noch sicherer, als wenn ich sage, guck mal, der wird mich nicht schlecht behandeln, er sagt, dass er mich nicht schlecht behandelt, aber irgendwas stimmt dann nicht an ihm. Das ist vielleicht sogar noch gefährlicher. Wer weiß, was er für, wie sagt man, Skelette im Schrank hat. Ja, 100 Prozent. Frauen ziehen es immer vor, Klarheit zu haben bei einem Mann, als dass sie einen Mann nehmen, bei dem sie davon nicht ganz überzeugt sind, was er im Schilde führt. Sie wird immer den Arsch, der ganz klar sagt, du, ich bin nur da für ein One-Night-Stand, wir können Spaß haben, wird mega geil sein und wie du gemerkt hast, küssen kann ich ganz gut, aber ich bin halt nichts für den Beziehung. Wird sie diesen Mann immer vorziehen vor dem Mann, der sagt, du, ich weiß nicht, was ich will, ich bin mir noch so unsicher, vielleicht will ich eine Beziehung vielleicht nicht, ja, ich will dich heute sehen, aber nee, ich kann dich heute doch nicht sehen und jemand, der einfach hin und her und hin und her springt, das ist langfristig nicht attraktiv, das gibt keine Klarheit. So, anfänglich ist alles attraktiver als diese Unsicherheit, alles ist attraktiver als Unsicherheit, Selbstsicherheit ist immer attraktiv, aber das Schöne ist doch, dass es doch etwas mehr gibt, etwas, was besser funktioniert, als alle diese Beispiele, als Arsch zu sein oder irgendjemand, der halt irgendwie, ja, schwer zu greifen ist oder jemand, der mal die kalte Schulter zeigt, all diese Sachen, die nicht für eine langfristige Beziehung funktionieren, ist es doch viel attraktiver, wenn du selbstsicher bist in deiner Liebe. Selbstsicher in deiner Liebe heißt aber nicht nur, dass du gut zu anderen bist, dass du immer hilfsbereit bist, sondern dass du selbstsicher in deiner Eigenliebe bist, in deiner Selbstliebe, dass Leute merken, wow, der gibt auf sich Acht, der ist sich selber was wert, der macht zum Beispiel Sport, der achtet auf sein Aussehen, der achtet darauf, was er isst, was er zu sich nimmt, der achtet darauf, dass er Spaß hat am Leben, seine Hobbys machen ihm Spaß, man merkt einfach, wenn er den Raum betritt, ah, cool, der freut sich hier zu sein und wenn er dann noch mit dir im Gespräch, mit dir flirtet, leichtherzig ist, dich ein bisschen neckt, okay, cool, das ist jemand, auf den Frauen auch nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig Lust haben und das ist doch, was wir wirklich wollen, oder, also die meisten von uns haben ja gar keinen Bock auf eine endlose Reihe an One-Night-Stats, sondern wir wollen ja langfristige, fruchtvolle, gesunde Beziehungen aufbauen, deswegen sage ich, der wahre Weg, der ist nicht der Weg des Arches, der wahre Weg ist der Weg des gütigen Königs, du bist es wert und weil du es wert bist, kannst du was abgeben, nicht, du bist nichts wert und deswegen gibst du so viel, weil du hoffst, dann irgendwas zurückzubekommen, das ist ein großer Unterschied. Ja, und der gütige König, so in diesem Beispiel, jetzt habe ich hier im Hintergrund nicht mehr das Dreieck, was ich wochenlang auf meiner Tafel habe, aber vielleicht erinnerst du dich noch dran, aus alten, alten Folgen, der ist halt in dem Drama-Triangle der, die Helden-Persona, also wir haben halt unten, unten einmal das Opfer und dann den Täter, also das Opfer ist der Nice Guy, der Täter ist das Arsch und der gütige König ist entsprechend die Heldenfigur, die über diese beiden transzendiert und dieser, der gütige Mann von mir aus auch, der hat halt auch kein Problem damit anzuecken, weil anecken eine völlig normale Art und Weise ist zu leben, weil er seine Meinungen hat, weil er seine, seine Meinung auch kundtut, und weil er auch klar, klar Grenzen setzen kann und dieses Grenzen setzen, da haben wir auch, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon, schon drüber gesprochen, das ist etwas Gutes und das Anecken damit auch und für ihn ist das entsprechend kein Problem, für ihn ist das einfach Teil seiner, seiner, seiner Realität, weil er weiß, dass er durchs Anecken mehr beschützen kann und dadurch mehr Sicherheit ausstrahlen kann. Er nimmt entsprechend das Beste von beiden Welten, ohne die schlechten Seiten von beiden Welten zu haben. Also er ist quasi genauso nett wie der Nice Guy und kann genauso klar aussprechen, was er möchte, wer er ist und was er erwartet wie das Arsch. Und ohne halt entsprechend da irgendwie das Arsch, der Arsch, das Arschloch, der, die, das Arsch, der, die, das Nutella. Stimmt, das ist ja auch noch so ein Mysterium. Sagt man die Nutella, das Nutella? Das ist eigentlich ganz interessant. Wie heißt es, schreibt es mal gerne gerade in die Kommentare, wie heißt es bei euch? Bei uns, wo wir herkommen, heißt es das Nutella? Ist doch die Nutella. Ich hatte ein Kumpel. Doch die Nutella. Bei dir wahrscheinlich, wo du herkommst, aus Hessen? Ja, aber ich meine, es endet, es endet mit A. Es ist, es ist wie, wie, die Philadelphia, die Nutella. Warum ist es nicht das Philadelphia? Oder der ist doch ein Frischkäse. Der Philadelphia. Ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du der Frischkäse danach sagst, der Philadelphia Frischkäse, dann ja. Aber wenn es nur der Name ist, die Philadelphia, die Nutella, finde ich jedenfalls. Aber bitte, ja, schreibt es in die Kommentare, wir wollen wissen, sagt man, das Nutella oder die Nutella? Oder der Nutella? Und dann, dann haben wir das ein für alle Mal geklärt mit dem einflussreichsten Podcast der Welt, den wir hier sind, dann ist diese Debatte endlich vom Tisch. Ja, im Worte finden Podcast. Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, aber Nice Guys auf jeden Fall. Genau, der, der, der gütige, der gütige Mann, der hat kein Problem, um Grenzen zu setzen, gerade herauszusprechen, was er, was er erwartet, was er möchte und das strahlt die Sicherheit aus. Und als Nice Guy haben wir damit oftmals genau dann damit Probleme und das ist auch dann das, was viele Männer bei uns dann auch in den ersten Wochen oder beziehungsweise alle in den ersten Wochen lernen, in den ersten drei Wochen der Flirt Masterclass lernen, ist genau, also unter anderem die Flirtelemente, kennenzulernen, die Flirtelemente zu nutzen, wie sie für dich funktionieren. Aber auch ganz besonders eines dieser Flirtelemente ist entsprechend das Anecken. Und sagen wir, neun von zehn haben damit schon ganz gute, knackige Probleme mit dem Anecken. Und das zeigt einfach, also das ist halt nicht schlimm, so weil neun von zehn kommen halt aus genau dieser Ecke, wo sie halt vielleicht gelernt haben in ihrer Vergangenheit, dass Anecken oder beziehungsweise dass halt ihre Bedürfnisse und ihre Bedürfnisse auszusprechen etwas Verbotenes war in der Vergangenheit, in der Kindheit. Es kann halt sein, dass du mit einem Elternteil aufgewachsen bist, der zum Beispiel sehr cholerisch war und unberechenbar war. Und aufgrund dieser Unberechenbarkeit war es für dich lieber oder besser halt irgendwie diese Person nett und freundlich zu dieser Person zu sein, bloß nicht anzuecken, bloß nicht aufzufallen und sobald halt irgendwie eine harsche, emotionale Aufbrausigkeit kam, also du hast schon gemerkt, dass dieser Elternteil gerade schon ein wenig wütend war, vielleicht kam er schon ein wenig angenervt von der Arbeit oder irgendetwas, was jemand aus seiner Familie gemacht hat, hat ihn dann schon dazu bewegt, irgendwie in die Wut zu verfallen. Dann hast du gelernt, halt diese Wut halt schnell irgendwie wieder klein werden zu lassen oder von dir abzuwenden, indem du zum Beispiel angefangen hast zu lächeln. Dieses nervöse Lächeln. Haben wir auch kurz in der letzten Woche kurz drüber gesprochen, als Ventil vom Vakuum dieses und du trägst aber ein schönes Kleid. Dieses kurze Lächeln danach oder dieses Schnaufen durch die Nase. Wenn wir eine Aussage gemacht haben, wo wir dann nicht so sicher waren oder im Nachgang noch zeigen möchten, dass wir das nicht böse meinen, dass wir das bloß nicht aneckend meinen, die andere Person sollte das bloß nicht in den falschen Hals bekommen, weil wir generell einfach durch unsere Erziehung, durch unser Aufwachsen gelernt haben, dass wenn die andere Person laut wird, dass das langfristig ein Problem wird, weil diese andere Person, wenn sie laut wird, wir haben es vielleicht durch unseren kollegischen Elternteil gesehen, dass diese Person dann vielleicht auch zu Gewalt neigt, entweder durch zu physischer oder psychischer Gewalt. Und wir wollen halt dem zuvorkommen, also beschwichtigend zuvorkommen, indem wir halt dann das abschwächen, was wir sagen. Oder im Vorfeld halt schon gar nicht mal die andere Person auf die Idee kommen lassen, dass wir in irgendeiner Weise eine Gefahr sein können, in irgendeiner Weise anecken. Und das sorgt halt für so viel angestaute Wut, angestaute Trauer in uns. Gerade auch in der letzten Woche im Mindset Call hatten wir jemanden, der sich da endlich mal öffnen konnte, das erste Mal in seinem Leben. Und dann auch, also, weil er so viel Wut in sich herum getragen hat, diese Wut dann umwandeln konnte in Trauer und dann auch glücklicherweise einige Tränen fließen konnten und er sich danach so befreit gefühlt hat. Also das ist eine, das sorgt halt für so viel angestaute Wut, dieses immer Beschwichtigen und immer so People Pleasen wollen, also immer gut zu dem anderen zu sein, immer der Nice Guy sein zu wollen, immer der nette Kerl sein zu wollen, bloß nicht auffallen zu wollen, weil das bist du halt nicht. Das ist halt eine Lüge, die du dir selber erzählst und weil du halt dir selber diese Lüge erzählst, weil du so viel Angst davor hast, ist nicht deine Schuld. Nochmal ganz, ganz wichtig, das ist nicht deine Schuld. Alles, was dir passiert ist und wie du dich verhältst aktuell, dann 20, 30, 40 Jahre später, nachdem dir diese Sachen passiert sind, nicht deine Schuld. Aber lass uns doch jetzt, wo es dir bewusst wird, was dran ändern. Deswegen hast du wahrscheinlich auch dann diesen Podcast, unseren Podcast, weil du was ändern möchtest. So diese Beschwichtigung und diese angestaute Energie das wird halt nicht weniger. Es staut sich halt immer mehr an, immer mehr an und dann erhöht sich auch in gewisser Form der Druck und dann, also unter anderem auch, weil du durch diese angestaute Energie es schwer hast, auf andere Menschen Kontakt aufzubauen, weil du sowieso die ganze Zeit eine Maske trägst, die Maske des Nice Guys, die Maske des netten Kerls und dadurch keine wirkliche zwischenmenschliche Tiefe aufbaust, weil du immer auf heißen Kohlen sitzt, weil hinter jeder Ecke die andere Person, von mir aus die Frau, die mit der du gerade anbandelst, immer nochmal herausfinden kann, dass du ja doch nicht gut genug bist. Das heißt, du musst immer irgendwas tun, du bist immer im Stress, immer auf 180 emotional, dass du bloß alles unter Kontrolle hast, dass du bloß immer zeigst, dass du ja nicht so bist wie all die anderen Männer und dass du nur gute Sachen im Schilde führst und dass du es bloß nicht böse meinst und dass du um Gottes Willen nicht bist wie dein Vater, deine Mutter oder sonst wie diese Person, die zum Beispiel dir gezeigt hat, dass Menschen sehr schnell an die Decke gehen können und du beschwichtigen musstest. Das heißt, du hast einen so großen emotionalen und mentalen Ballast in dir und kannst deswegen ja gar nicht anders als diese Maske spielen und diese Maske aufsetzen, diese Rolle spielen, weil diese Rolle ist dein einziger Strohhalm, dass du in irgendeiner Weise Liebe in deinem Leben bekommen könntest. Aber das ist halt keine, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wie Andi schon und am Anfang gesagt hat, das ist nicht echte Liebe, sondern das ist eher Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit verhält sich so zu Liebe wie eine Glühbirne zur Sonne. Also Aufmerksamkeit ist die Glühbirne und die kann so hell strahlen, wie sie will, sie wird nie so hell strahlen wie die Sonne, die in diesem Vergleich die Liebe ist. Das heißt, du willst eigentlich Liebe, aber das maximal bekommst du halt gedimmte Aufmerksamkeit. Und das fühlt sich halt nicht gut an, das fühlt sich halt kurz an wie ein kurzer Fix, weil du kurz ein bisschen Aufmerksamkeit der Frau bekommen hast, aber dann im nächsten Moment alleine ist es dann schon wieder weg und du musst wieder nachfüttern den Ofen. Das heißt, du bist emotional immer, immer angespannt und kannst dich nie entspannen, während Entspannung aber genau das ist, was du brauchst, um wirklich dein wahres Selbst zu sein, die Masken fallen zu lassen und endlich die Person zu sein, die du sein möchtest. Stattdessen staust du über 20, 30 Jahre lang einfach diese Rolle an, die du spielst und so wird halt der Stress immer größer. Wir haben so viele Männer bei uns, die mit 40, 50 in unser Coaching kommen und einfach über diese letzten vier Jahrzehnte so viel diese Rolle gespielt haben des Mannes, der sie nicht sind, dass sie mit so einer großen Traurigkeit oder Trauer vielmehr auch Abneigung, klar, genau, zu uns kommen, Frauen gegenüber oder dem Leben anderen Menschen gegenüber, weil sie einfach so verletzt davon sind, weil sie herausgefunden haben, dass ihre Überlebensstrategie, die ihn damals als Kind genutzt hat, um von mir aus dem cholerischen Vater zu beschwichtigen, damit der nicht wieder körperlich gewalttätig wird, ihnen jetzt 40 Jahre, 40 Jahre lang später keine Frau in ihrem Leben gebracht hat und sie einfach einsam sind und diese, das ist, das ist so ein Kampf mit sich selber, den die Männer dann führen, weil ganz bewusst und vielleicht hörst du das jetzt auch und ganz bewusst weißt du das ja, du weißt dann, was los ist, aber du kannst trotzdem nichts daran ändern und das ist einfach der Grund, weil wir haben eine emotionale Situation und jetzt wollen wir die ganz rational lösen. Das können wir halt machen, aber es dauert halt nochmal viel länger. Lass uns das doch genau an der Stelle auch dann emotional lösen, wie indem wir uns mehr mit Leichtigkeit beschäftigen, mehr mit dem beschäftigen, was du eigentlich möchtest. Deswegen zeigen wir dir ja auch in den ersten drei Wochen direkt die Flirtelemente, damit du spürst, was Leichtigkeit eigentlich ist, wie freundlich Menschen sind, wie einfach es ist für dich auf Menschen zuzugehen, dass Menschen gar nicht genug von dir bekommen können, eben weil du Flirtelemente anwendest, weil du flirten lernst und das sind nicht einfach so Sätze, die du auswendig lernst, sondern du spürst aktiv am eigenen Leib, warum es für dich funktioniert, welche für dich funktionieren. Du bastelst deine eigenen Flirtelemente spontan in jeder Situation und das ist doch das, was du eigentlich möchtest, weil wenn du das spontan in jeder Situation basteln kannst, dann bedeutet das ja, dass du das bist, dann musst du nichts auswendig lernen und noch mehr rummentalisieren, das, was du 40 Jahre lang schon gemacht hast, weil du glaubst, du bist nicht gut genug. Weil du kannst dann endlich mal all die Bullshit und die Anker endlich mal fallen lassen, die du aufrechterhalten hast, damit du ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hast. Stattdessen kannst du in die Leichtigkeit kommen, in die Entspannung kommen und endlich mal Liebe erfahren. Wie ist das? Ha, geiler, oder? Hört sich gut an. Ich hätte damals dieses Coaching echt mit offenen Armen angenommen. Wenn ich damals gewusst hätte, als ich noch genau der Typ war, der Frauen immer wieder seine Liebe gestanden hat, in der Hoffnung, dass das doch die romantische Urvorstellung ist, einer Frau die Liebe zu gestehen und Blumen mitzubringen und einen Liedtext zu schreiben, Gedicht zu schreiben und dann wird sie mich doch, dann wird sie sehen, dass ich es ernst meine und das ist doch, was sie möchte, oder? Und dann, wenn sie sich nicht sicher ist und mir sagt, ah, sie hat leider heute keine Zeit und sie hat diese Woche keine Zeit, dann werde ich ihr nochmal extra sagen, du, weil das einzige Problem kann ja dann nur sein, wenn sie immer noch nicht mich treffen will, dass sie immer noch nicht weiß, wie sehr ich sie eigentlich mag. Das heißt, ich werde ihr nochmal schreiben, du, mir hat unser Treffen wirklich sehr gut gefallen und du bist eine tolle Frau und du bist echt intelligent und aufgeweckt und ich würde mich wirklich gerne freuen, dich wiederzusehen. Dann, dann kommt doch die Botschaft an und dann wird es doch erst wirklich funktionieren. All das habe ich gedacht und es könnte halt nicht weiter weg von der Wahrheit sein. Hätte ich damals schon so ein Coaching gehabt, wie wir es mittlerweile anbieten, dann hätte ich, dann hätte ich zehn Jahre Zeit gespart. Also wirklich oder mehr. Die ganzen Situationen wären vermeidbar gewesen. Zum Glück, zum Glück leben wir in einer Zeit, wo du nicht diese Fehler machen musst, wie die Generation vor dir und es ist wirklich völlig egal, ob du jetzt schon in deinen 50ern bist oder noch in deinen 20ern, noch kannst du das Ganze ändern. Das Schiff kannst du auch wieder umrudern. Es geht. Wir haben Männer bei uns im Coaching gehabt, die waren in ihren 50ern, die waren in ihren 60ern. Es geht, mein Lieber, es ist nicht zu spät. Neulich hat einer hier in den Kommentaren geschrieben, so ich bin jetzt schon 54, jetzt ist es leider schon zu spät. Zu spät für was? Zu spät? Du hast noch 100 Jahre vor dir. Meine Güte, also selbst wenn du nur noch sechs Monate vor dir hättest, wäre das doch wert. Ich verstehe nicht diese Denkweise, dass wenn ich jetzt nicht in diesem Moment schon Erfolg habe, dann lohnt sich die ganze Reise nicht. Also Schule funktioniert so. Du gehst 12, 13 Jahre zur Schule, damit du danach eine Ausbildung beginnen kannst. Du gehst zur Uni für vier Jahre oder sechs oder acht oder zehn Jahre, damit du danach einen Master- oder einen Doktortitel hast. Gut Ding will Weile haben. Gute Ausbildung braucht manchmal einfach Zeit, aber du machst es ja nicht, weil du in dem Moment, wo du die ganze Sache beginnst, schon Erfolg haben willst, sondern weil du darauf abziehst, dass du zum Schluss der Ausbildung es so drauf haben wirst, dass du dann einen guten Job landen wirst. Und so ist es doch auch genauso mit Flirten lernen. Du beginnst die Ausbildung, damit du dann zum Schluss die richtige finden kannst. Und dann zahlt sich die Ausbildung aus, dann zahlt sich dein Investment aus. Und natürlich kannst du auch Glück haben währenddessen. Es gibt auch Studentenpraktika, die du während dem Studium beginnen kannst, klar. Und dann kann es manchmal sein, dass du dann einen Übernahmevertrag bekommst und nach dem Studium dort bleibst. Genauso kannst du auch mit der Freundin sein bei so vielen Männern, die auch bei uns im Coaching waren. Die haben dann während dem Coaching die Frau kennengelernt, mit der sie jetzt auch noch zusammen sind. Aber mein Lieber, ich kann dir nur wirklich ans Herz legen, diese Reise zu beginnen und aufzuhören, dir die Geschichte zu erzählen von, naja, ich bin halt der gute, nette Liebe. So, die Alternative, ein Arsch zu sein, das will ich nicht. Und weil ich nur schwarz-weiß denke gerade, bin ich halt einfach gefangen in meiner Realität. und es wird sich nie was ändern. Der Arsch will ich nicht sein, also bin ich halt derjenige, der einfach es bei Frauen nicht hinkriegt. Haha. Und dann sehe ich das Ganze noch als witzig und ich erzähle es anderen, naja, das wird bei mir nicht klappen. Was gibt es denn daran, zu lachen? Das würde ich nicht akzeptieren. Da würde ich sagen, nein, nein, es gibt noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste und eine millionste Alternative und ich werde jetzt die Alternativen suchen, die mir Spaß machen und wo ich auch in zehn Jahren was von habe und nicht dann in zehn Jahren immer noch sage, naja, hätte er nicht sollen sein, manche haben halt Glück, manche haben nicht Glück. Es findet wirklich jeder Topf seinen Deckel. Das ist wirklich nicht irgendeine Floskel. Es ist wahr. Es ist wahr, mein Lieber. Und die Beweise sind überall. Völlig egal, ob du irgendwelche Red Pill Scheißdreck-Sachen im Internet liest oder nicht. Es gibt genauso Beispiele dagegen. Das ist ein retikuläres Aktivierungssystem, das die Beweise sucht dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber du kannst genauso die Beweise dafür finden, dass die Welt eben nicht so ist, wie die ist, sondern dass es funktioniert. Dass auch der subjektiv sich am wertlosesten, fühlendste Mann es schaffen kann, sich wieder wertvoll zu fühlen und eine Frau zu bekommen, auch wenn er nicht den Beauty-Standards der Gesellschaft genügt, auch wenn er nicht reich ist, und irgendeinen Status hat im Job, er kann das trotzdem schaffen. Es gibt dieses eine Video, das ist mega cool. Das heißt irgendwie I am ugly, my experience, oder so. Und es ist von einem YouTuber, der hat das vor acht Jahren oder vor sechs Jahren oder so hochgeladen. Oder being ugly, my experience. Ihr könnt es ja mal, wenn ihr wisst, welches Video ich meine, dann gerne unten verlinken. Einfach in die Kommentare schreiben. Tolle Geschichte. Er hat dieses Video hochgeladen, hat gesagt, mein Leben ist halt, wie es ist. Ich habe kaum Freunde und Frauen haben sich noch nie für mich interessiert. Ich bin noch Jungfrau und ich sehe einfach nicht gut aus. Und unten drunter hat eine Frau kommentiert, du bist echt süß. Ich meine das im Ernst. Und die beiden haben sich getroffen, haben sich kennengelernt, haben geheiratet, sind immer noch zusammen. Mittlerweile machen sie zusammen YouTube-Videos. Mega cool. Es ist wirklich für jeden machbar. Aber der Mann, der hat sich was getraut. Er hat sich getraut, sich zu zeigen. Der war authentisch. Der hat nicht einfach nur in der Ecke gesessen und gesagt, ja, es ist halt die Realität, es lässt sich nichts ändern. Und das kannst du auch, mein Lieber. Es ist für jeden möglich. Für jeden, Alter. Und dazu brauchst du nicht dieses Coaching machen, dazu musst du nicht bei uns irgendein Coaching beginnen. damit kannst du anfangen, andere Freunde zu suchen, die dich in deiner Reise unterstützen. Das ist zum Beispiel ein riesiger Schritt, den die meisten unterschätzen. Weil du bist in deinem Kreis gefangen an Leuten, die dich die ganze Zeit genauso bestärken in deiner Story, die dir Mitleid schenken und dadurch denkst du, ja gut, die schenken mir auch das Mitleid. Dann werde ich, um mehr Liebe zu bekommen, weil Mitleid ist ja gleich Liebe. Ist nicht so, aber das denkst du wahrscheinlich. Dann werde ich noch mehr Mitleidsgeschichten erzählen, um noch mehr Liebe zu bekommen und dann hast du einen Kreislauf und Leute kümmern sich um dich, aber irgendwann haben sie keinen Bock mehr drauf und dann bist du einsam und dann fühlst du dich auch einsam und dann sagst du dir, oh Mann, aber die einprogrammierte Strategie, die wird dann immer noch aktiv sein, Mitleid suchen. Und dann gehst du ins Internet und dann schreibst du Kommentare und willst Mitleid in den Kommentaren. Ich bin doch mehr gejammert. Dass du Schmerzen erfährst, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du dir diese Geschichte immer wieder erzählst, als Rechtfertigung dafür, nichts daran zu ändern. Denn es gibt Möglichkeiten, das zu ändern. Und da du diese Videos schaust, weißt du, dass es die Möglichkeiten gibt. Immer wieder zur Zeit sehe ich jemanden, der kommentiert die ganze Zeit in Kommentarfiltern, ich möchte was ändern. Okay, du, die Links sind alle da. Schau in die Beschreibung. So, ist alles da. www.flirtanalyse.de Da bekommst du deine kostenlose flirty.charisma-analyse. Dann schauen wir uns gemeinsam an, was deine Stärken sind, wo du jetzt schon attraktiv bei Frauen ankommst, was dir vielleicht noch gar nicht bewusst ist, wo du dein Charisma aus dir herausstrahlen lassen kannst und dann bekommst du auch den Leitfaden, der für dich in deiner Alltagssituation funktioniert. Lass dich drauf ein. Es gibt aber noch mehrere andere Wege. Es gibt auch noch andere Coaches. Ich kenne viele der Coaches hier im deutschsprachigen Markt, auch im englischsprachigen Markt. Die, die ich kenne, sind tolle Menschen. Versuch's woanders. Ist auch okay für mich. Aber fang endlich an, etwas zu tun. Eigentlich sollten wir das den Arschtritt-Podcast nennen, weil es jedes Mal auf dasselbe hinausläuft. Aber das ist ja das, was ich weiß, dass ich ja auch brauchen würde, dieser Kick in den Hintern. Den Glauben daran, dass du es kannst. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und ja, es liegt am Machen. Es liegt einfach am Machen. Es liegt nicht daran, zu schauen irgendwie, das, was ich mache, hat das jetzt irgendwie, oder bevor du machst generell, irgendwie da zu antizipieren, ob das jetzt gerade von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Weil wenn du es noch nicht gemacht hast, dann weißt du es halt nicht. Und wir können halt uns ganz viel hermentalisieren und zerdenken, dass eine gewisse Sache, die wir tun könnten, einen gewissen Ausgang hat. Das heißt irgendwie, wenn du dir jetzt vorstellst, auf die Frau zuzugehen, dann wird sie dich auf jeden Fall abweisen und so weiter. Auf gar keinen Fall würde irgendeine Frau mit dir irgendwie auf ein Date gehen und so weiter. Und weil du halt nicht auf Frauen zugehst, hast du Beweise dafür, dass du keine Dates hast und vor allem, dass du nicht auf sie zugehst, ist Beweis dafür genug, dass du keine Dates bekommen kannst. Weil du würdest dir ja auch selber diese schöne heile Welt, diese schöne heile kaputte Welt, die du dir in deinem Kopf zusammenstellst, auch wieder weiterhin kaputt machen, würdest du eine positive Rückmeldung bekommen. Und das will dein Ego nicht. Daher ist es besser halt irgendwie, sich da sowas herzuspinnen und zu sagen, Frauen haben kein Interesse an dir. Und dann ist es halt besser, im Kokon zu bleiben, in seiner Komfortzone zu bleiben, wo du einsam bist, wo du alleine bist, wo du das Mitleid von deinen Freunden bekommst, die dann irgendwann mal auch keinen Bock mehr auf dich haben und dir das zu geben. Und eine weitere Stufe, wenn du das das erste Mal merkst, dass das Mitleid schwächer wird oder auch das Mitgefühl, sagen wir es jetzt mal gerade so, das Mitgefühl wird schwächer, dann erhöhst du das Jammern. Und irgendwann werden dann Menschen dir Tipps geben. Und auf die Tipps, weil du dich nicht verändern möchtest, wirst du dich rechtfertigen und wirst Beweise dafür suchen, dass deine Realität wahr ist, auch wenn die Realität der anderen wahr ist, genauso wahr ist. Also die Realität ist wahr, die du wahrnehmen möchtest. Wir kreieren unsere eigene Realität durch unsere Wahrnehmung. Und wenn du jetzt wahrnehmen möchtest, dass Frauen auf dich stehen und mit diesem Gedanken mal zwei Wochen durch die Stadt gehst und überall Beweise dafür findest, dass die Frauen, die du magst, dich auch mögen, dann wirst du nach zwei Wochen ganz andere Resultate haben. Du wirst die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Die meisten von euch werden das nicht machen. Die meisten von euch werden jetzt gerade da sitzen, sich vorstellen, ausklingt gut. Und dann im nächsten Moment werden sie denken, ja, nee, das kann ja nicht funktionieren. Und dann werden sie es nicht machen. Und es gibt aber eine kleine Minderheit, ein kleines Dorf in Gallien, das nicht daran glaubt, das, was der eigene Kopf sagt und das jetzt einfach mal ausprobiert. Und diese kleine Minderheit, dieses kleine Dorf in Gallien wird ganz großen Erfolg gegen die übermächtige römische, das römische Imperium haben. Und dadurch, jetzt hört meine Metapher auf, die eigene Wahrnehmung verändert. Ich bin total gefesselt. Ich so, wohin geht's jetzt mit der Asterix-Analogie? Ja, also... Du brauchst einfach den Zaubertrank, das will Dominik damit sagen. Das ist es. Du brauchst den Zaubertrank. Du brauchst einfach den Zaubertrank. Du brauchst auf flirtanalyse.de. Punkt. Unter anderem. Ja. Genau. Und es ist, genau, es ist das Machen, es ist das vor allem sich darauf konzentrieren, das, was du möchtest. Und nicht auf das, was du nicht möchtest. Worauf du dich konzentriert. Also, du willst jetzt sagen, ja, aber ich möchte ja nicht alleine sein. Ich möchte ja gerne eine Frau haben. Nee. Sonst würdest du dich schon in diese Richtung begeben. Also, vielleicht tust du das, dann fühl dich jetzt bitte nicht angesprochen. Es sei denn, du fühlst dich angesprochen, dann meine ich dich auch. Weil, wenn wir so viel Energie da reinlegen auf, oh Gott, ich bin schon, ich bin so alleine und Frauen mögen mich einfach nicht und ich hätte doch gerne jemanden, ich hätte so gerne jemanden jetzt an Weihnachten an meiner Seite endlich, dann legen wir, obwohl wir doch sagen, ja, ich will das ja nicht, legen wir aber emotional so viel Energie in das Nicht-Haben rein, dass genau das mehr wird. Weil, je mehr wir Energie da reinlegen, desto mehr zeigen wir unserem Unterbewusstsein, das ist ein sicherer Ort. Lass uns den sicheren Ort vergrößern. Lass uns unsere Komfortzone vergrößern, in der wir jammern können, in der wir alleine sind, weil alleine zu sein und jammern hat dafür gesorgt, dass wir überleben. Wenn wir jetzt nicht mehr jammern und machen würden, das kennen wir nicht, könnte gefährlich sein. Und du erinnerst dich da dran, genauso wie die Frau von Gefahr abgetörnt ist, wenn irgendwas inkongruent bei dir ist, du strahlst nach außen, aber innen hast du eine versteckte Agenda von bitte mag mich und die Frau spürt das als Inkongruenz und dadurch Unsicherheit und dadurch Gefahr und geht weg von dir. Genau so ist es für dich, wenn du sagst, dein Unterbewusstsein, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus, da bin ich nicht mehr sicher. Das heißt, wenn ich mich jetzt verändern würde, wenn ich jetzt auf Frauen zugehen würde oder mich trauen würde und damit einen neuen Bereich betreten würde, das ist unsicher, das ist gefährlich für mich. Ich bleibe auch lieber in meiner Komfortzone. Irgendjemand muss die Komfortzone verlassen, die Frau wird es nicht tun. Sie wird es auch tun, aber an anderer Stelle, in anderen Momenten. Das sind halt Momente, die du nicht wahrnimmst, weil du denkst, ja gut, die Frau muss da nichts machen, das ist ja alles meine Arbeit, aber es ist nicht so. Dir fällt es halt nicht auf. Dir fallen dafür nur die Momente auf, wo du dann struggelst, wo du Schwierigkeiten hast. Die Geschichte, die du dir erzählst, ist die Geschichte, die du auch immer wieder bekommen wirst, aber der Punkt ist, die Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Du kannst jederzeit den ersten Pinselstrich für eine neue Geschichte setzen. Jederzeit. Es macht Sinn, darüber nachzudenken, was schief ging. Aber es macht nur Sinn, darüber nachzudenken, wenn du daraus einen Plan schmieden willst, damit du es nächstes Mal besser machen kannst. Wenn du nur darüber nachdenkst, um des Nachdenkens Willens, dann ist das Sinnieren und Zerdenken. Und Dinge zu zerdenken, bringt dich nirgendswohin. Nirgendswohin. Und dir die Geschichte immer wieder zu erzählen, bringt dich nirgendswohin. Nirgendswohin. Nette und freundliche Männer sind noch auf der ersten Entwicklungsstufe dieser netten Freundlichkeit. Sie glauben, dass ihre nette, freundliche Ader reicht. Aber es reicht nicht. Denn es funktioniert offensichtlich nicht. Du bist unzufrieden. Und wenn du unzufrieden bist, dann heißt das, dass du irgendwann damit aufhören wirst, weil du keinen Bock mehr drauf hast. Und wenn du irgendwann damit aufhörst, weil du keinen Bock mehr drauf hast, dann hat es nicht funktioniert. Es war nicht langfristig. Wenn es nicht langfristig ist, dann hat es schon von Anfang an nicht funktioniert. Dann stimmt da was an deiner Methode. Nicht. Es muss langfristig funktionieren. Du musst langfristig ein gütiger, freundlicher, gebender Mann sein, wenn du für andere da sein willst. Ansonsten erzählst du dir selber eine Bullshit-Story, die du dir nur erzählst, um Mitleid zu erschen. Wenn dir wirklich wichtig ist, für andere da zu sein, dann musst du dafür sorgen, dass du das langfristig hinbekommen kannst. Und der einzige Weg, dass du das langfristig hinbekommen kannst, ist, indem du dafür sorgst, dass es auch jetzt schon funktioniert, dass deine Freude bei anderen ankommt und dass du dich auch dabei gut fühlst. Wenn du dich dabei nicht gut fühlst, dann musst du was dran ändern. Die Resultate sollten sich jetzt schon anfangen, wieder zu spiegeln in den kleinen Belohnungen, die du so bekommst. Das heißt nicht, dass du jetzt ausgehst und dann musst am nächsten Tag eine Freundin da sein oder du musst deinen ersten Kuss haben oder dein erstes Mal. Aber die kleinen Momente, dass wenn du eine Frau zum Lachen bringst, dass sie lacht, dass sie dann deine Nähe sucht, dass du mal eine Nummer bekommst, wenn du rausgehst. Das sind die Erfolge, die du dir riesig groß aufschreiben darfst auf deinem Buch der Erfolge und dass du dir anpinnen darfst als Alter, geil, geil, ich kann anfangen, mir eine andere Story zu erzählen. Und wenn du dann noch einem anderen Mann dabei hilfst, dass er bei Frauen gut ankommt, dann kannst du sogar noch vom Protégé-Effekt profitieren. Das heißt, der Effekt, dass wenn du anderen etwas beibringst, was du selber gerade lernen möchtest, dass du es dadurch noch mehr internalisierst und noch besser lernst. Das, was wir wollen, müssen wir geben. Aber wenn wir einfach nur geben und nicht darauf achten, dass wir uns dabei auch gut fühlen, dann kann das nur eine kurze Weile funktionieren. Das kann Jahre funktionieren, das kann 20 Jahre funktionieren und gut gehen, aber das ist ganz abhängig von deinem Durchhaltevermögen. Du musst dafür sorgen, dass es langfristig funktioniert. Und dazu musst du dafür sorgen, dass du den richtigen Weg gehst, bei dem du dich auch gut fühlst, bei dem du auch die Partnerschaft bekommst, die du willst. Und das wird nicht funktionieren mit dieser alten Geschichte, dass du, ja gut, du bist halt der nette Kerl, der die Frau halt nie bekommt. Ich hoffe, dir das zu sagen. Wie wäre es mit einer viel besseren Geschichte? Ich bin der gütige König, auf denen Frauen stehen, der eine Königin an seiner Seite haben wird und der für seine Vassallen und seine Untergebenen und seine Kameraden und seine Mitmenschen ein guter König ist. Jemand, der für sie da ist. Und damit siehst du dich schon ganz anders. Du siehst dich nicht als besser. Nein, du siehst dich in einer Verantwortung, nämlich du musst dafür sorgen, dass du auch gesund bleibst, dass du dich glücklich wiederfindest, immer wieder, dass du Dinge tust, die dir gut tun, damit du Spaß hast, damit du Freude darin empfindest. Und das ist so wichtig, so wichtig, dass du Dinge tust, die dir gut tun, damit du Spaß daran hast und Freude empfindest. Weil ansonsten bist du miserabel und ein miserabler König, der hält es nicht lange durch. Der wird halt Tyrann. Ja, die Verantwortung ist groß, mein Lieber. Wenn du wirklich ein guter Mensch sein willst, dann sei ein guter Mensch zu dir selber. Das werden andere Menschen sehen, werden das inspirierend finden und werden dann ebenfalls Dinge tun für sich selber. Und wenn du ihnen dann hilfst, dann können sie das auch viel leichter annehmen. Dann können sie auch sehen, oh wow, der hat ja so viel zu geben, ihm geht es ja echt gut. Das ist attraktiv und nicht abstoßend. Da fühlen sie keine Angst, wenn du dann versuchst, ein netter Kerl zu sein. Dann fühlen sie sich nicht unsicher in deiner Nähe, weil sie denken, hm, was geht denn dem vor? Da stimmt irgendwas nicht. Nein, sie wissen ganz genau, was bei dir vorgeht. Und bei dir stimmt alles. Du bist ein guter Mann, der dafür sorgt, dass es ihm gut geht und seinen Mitmenschen. Beides. Also bitte fahr vorsichtig und Dominik will dir noch was sagen. Ja, das ist auch übertragbar, natürlich auch. Auf den Beruf unter anderem. Also es ist so wichtig, dass es dir gut geht, weil du dadurch aus einer emotionalen Unabhängigkeit für dein Leben, für deine Zukunft, für deinen Weg entscheiden kannst. Wenn du zum Beispiel schaust, die Menschen, die so unzufrieden in ihrem Beruf sind, warum sind das genau die Menschen, die es so schwer haben zu kündigen? Weil sie so viel Angst haben. Weil sie so viel Unsicherheit mitschleppen. Und genauso sind diese Männer, die, oder die Personen, es sind nicht nur Männer, Frauen sind ja auch emotional abhängig. Die Personen, die so viel Angst haben, alleine zu sein, die haben es so schwer, Schluss zu machen, obwohl die Beziehung sie nicht glücklich macht. Aber jemand, der von sich selber weiß, wer ist, der das Selbstbewusstsein mitbringt, der gerne auch für andere da ist, aus ganzem Herzen, nicht aus Angst, und halt nicht dadurch irgendwie eine Rolle spielt, der hat es leicht, diese Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass er sofort dann halt unter anderem jetzt den Job kündigt oder die Beziehung beendet, wenn nur ein kleiner, ein kleiner Stein auf dem Weg liegt. Das ist nicht damit gemeint, aber dadurch, weil er weiß, was er, wer ist, kann er dadurch auch langfristigere Entscheidungen treffen, gutmütigere, gutherzigere Entscheidungen treffen. Und das ist für alle gut. Also es ist so wichtig, wie wir gerade schon gesagt haben, wie Andi jetzt auch gerade schon nochmal gesagt hat, es ist so wichtig, dass du gut zu dir bist und damit auch auf dein Herz hörst und all dem Bullshit, all die Fassaden mal fallen lässt. Und deswegen laden wir dich nochmal ein. Komm in die Flirtanalyse, die Flirt- und Karismanalyse auf flirtanalyse.de. Lass uns darüber sprechen. Du bist nicht der Erste, mit dem wir das machen. Du bist nicht der Erste, dessen Geschichte wir hören. Deine Geschichte haben wir schon 700 Mal gehört. Und also, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, dass deine Geschichte nicht einzigartig ist, weil das ist das, was dein Ego dir gerne einredet. Ja, mein Problem ist so einzigartig. Nee, das ist ein gutes Zeichen. Und das heißt, dass es auch lösbar ist. Und das haben wir mit hunderten Männern über die letzten über 13 Jahre schon erfolgreich gemacht. flirtanalyse.de und dann sprechen wir uns bald. Ich ziehe meinen Hut für euch, Männer mit Herz. Lasst uns die Männer mit Herz sein, die das Ganze auch effektiv in die Welt hinaustragen. Und zwar langfristig, weil sie dranbleiben und weil sie selber dabei Spaß und Freude empfinden. Also, flirtanalyse.de fahr vorsichtig, damit du noch lange deiner Mitwelt, deinen Mitmenschen und deiner Umwelt einen toller Beitrag leisten kannst. Also, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.